. Einen wunderschönen guten Abend. Der Start ins Wochenende gelingt teilweise rutschig, denn heute ist ja dann doch schon etwas Schnee aufgekommen. Wir hatten einige Schneeechos vom Erzgebirge über Bayern bis hinunter nach Baden-Württemberg. Das aber ein ziemlich kompaktes Schneetief, das uns da einige Zentimeter Neuschnee beschert hat. Teilweise zehn Zentimeter, die da runtergekommen sind. Und diese Schneefälle waren auch schon mal kräftig. Drei Zentimeter innerhalb von einer Stunde, nicht von schlechten Eltern. Und bis morgen Abend kommt noch einiges dazu. In weiten Teilen Deutschlands zwar nicht, aber wir haben im Pfälzerwald durchaus zehn, 15 Zentimeter, die wir erwarten können. Auch direkt am Alpenrand zehn, 15 Zentimeter. Erzgebirge eher so um die fünf Zentimeter oder ein bisschen mehr. Und jetzt haben wir tatsächlich ja auch schon in den Mittelgebirgen Schnee, der liegt. Es ist kalt genug. Man kann darüber diskutieren, ob das energetisch sinnvoll ist, dann zusätzlich zu beschneien. Aber man muss ja nicht immer mit dem Lift hochfahren. Man kann auch die Bretter einfach unterschnallen und laufen. Langlauf. Es gibt viele Langlaufläupen. Und hier sind nochmal beispielhaft zwei Regionen, wo man langlaufen kann. Natürlich auf dem Feldberg im Schwarzwald. Allein schon über 20 Kilometer. Klassische Läupen, die gespurt sind. Aber auch drei Taufsteinläupen im Vogelsberg im Hessischen sind gespurt, wo sich eben die Langlauffreunde unterwegs machen. Oder sie nehmen einfach den Rodel und rutschen irgendwo runter. Also das geht, weil auch noch weiter Schnee fällt. Wir haben zum einen im Laufe der Nacht Schnee, der sich in der Südosthälfte intensiviert. Gerade in Richtung Alpen und auch in Richtung Saarland zum Beispiel. Da fällt noch Schnee einige Zentimeter, die wir da in den nächsten Stunden erwarten können. In den Frühstunden dann Temperaturen häufig im Frostbereich. Gerade so frostfrei ist es an den Küsten. Ansonsten im Flachland durchaus minus zwei, minus fünf, teilweise minus sechs Grad. Und im Bergland ist es noch etwas kälter. Morgen Vormittag, wir haben diese Schneewolken immer noch im Südosten. Und das wird allmählich auch kräftiger. Im großen Rest ist es relativ ruhig. Viele Wolken, teilweise noch etwas Nebel. Ein bisschen Sonne ist auch drin. Auch am Nachmittag noch im Norden etwas Sonne. Aber mehr Schnee, insbesondere am Erzgebirgsrand. So der Südosten, der von Schnee betroffen ist. Die Temperaturen um den Gefrierpunkt meistens knapp drüber oder knapp drunter. Und das fühlt sich kalt an. Auch weil ein ziemlich kräftiger nördlicher Wind weht. Und die weiteren Aussichten. Es gibt noch einiges an Schnee am Sonntag. Achtung Rutschgefahr, ab Montag wird es trockener. Aber es bleibt kalt. Zuverschgefahr. Ein Inneres. Vielen Dank.